Das hier ist der Traum-PC für alle. Stellt euch vor, ihr könnt während dem Zocken noch ganz gemütlich ein Bierchen zapfen. Mit diesem Rechner in Form einer Dose ist es möglich, denn hier vorne ist eine Zapfanlage und man könnte richtig schön kühles, frisches, gezapftes Bierchen während dem Zocken genießen. Aber nicht nur das, der Rechner hat natürlich auch richtig Power. Intel Core i7-13700, dazu DDR5-Arbeitsspeicher, natürlich von G-Skill mit 6000 mt pro Sekunde. Eine B67-Plattform ist das von MSI, leistungsstarker Rechner und kühles Bier. Besser geht's doch gar nicht, oder?